An alle Klavierverliebten da draußen. Mein Name ist Martin Herzberg und ich darf für euch seit fünf Jahren Konzerte in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Jetzt geht's wieder los und es braucht dafür keine Plattformer, nur euch, eure offenen Ohren, einen wunderschönen Raum, ein Klavier und den Mut, sich davontragen zu lassen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch und ja, das wird gut. Bis bald, euer Martin. Untertitelung des ZDF, 2020